Musik Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines neuen Formates. Das Format ernennt sich FIFA Ultimate Team Facts und was das ist, ist glaube ich sehr leicht zu erklären und ich glaube ihr wisst auch was es ist. Es sind etwa 15 Interim-Seite-Fakten über eine bestimmte Nation in FIFA Ultimate Team und die Nation um die es heute gehen soll ist Chile. Ich würde mal anfangen mit Fakt 1. Also Chile hat 76 Spieler in FIFA Ultimate Team. Davon sind 8 Bronze, 47 Silber und 21 Gold. Angreifer hat Chile 22. Davon ist der beste Angreifer Sanchez. Interessant dazu ist noch, dass Chile 2 Bronze Angreifer hat, 8 Silber und 12 Gold. Mittelfeldspieler hat Chile 30, ein Bronze, Mittelfeldspieler 21 Silber und 8 Gold. Der beste Spieler ist Arturo Vidal von Juventus Turin. Verteidiger hat Chile 19, 5 Bronze und 14 Silberverteidiger. Also es gibt keinen Goldverteidiger. Der beste ist die Silberkarte González. So, Torhüter hat Chile 5 Stück, 4 Silber und 1 Gold. Der beste von denen ist Bravo. Die Liga, worin die meisten chilenischen Spieler spielen, ist die erste chilenische Liga. Ich weiß nicht genau wie die heißt, aber ihr seht es ja im Hintergrund. So, jetzt der 8. Fakt. Der 8. Fakt ist der beste Spieler aus Chile. Die beste Karte in Ultimate Team. Das ist Vidal 2nd in Form glaube ich mit einer Bewertung von 87. Die schlechteste Karte in FIFA Ultimate Team ist Robledo, das ist ein Innenverteidiger, mit einer Gesamtbewertung von 58. Die ganzen In-Forms von Chile, es waren 9 Stück. Und der beste davon ist Vidal 2nd in Form, der auch der beste Spieler, die beste Karte aus Chile ist, mit einer Gesamtbewertung von 87. Der ist auch gleichzeitig der teuerste Spieler, der rund 150.000 Coins kostet. So, der Spieler mit den meisten Sternenskills bei FIFA 14 Ultimate Team ist die Goldkarte Valdivia. Das ist auch der einzigste Five-Star-Skiller aus Chile. So, die schnellsten Spieler aus Chile sind 2 Leute, nämlich Carrasco und der zentrale Mittelfeldspieler, das ist ziemlich interessant, nämlich Carey Keda. Ich hoffe, ich spreche die beiden jetzt richtig aus. Die beide haben nämlich 29 in dem Attribut Geschwindigkeit. Der Spieler mit dem besten Schuss ist Alexis Sanchez 2nd in Form, mit 86 Schuss. Und zuletzt, letzter Fact, ist der Spieler mit dem besten Passen, das ist die Goldkarte. David Pizarro mit 87 in Passen. Das war's mit der schönen ersten Folge von FIFA Ultimate Team Facts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer schön Nationen, die ich vorstellen kann, besprechen kann, in die Kommentare hauen, dass ich mich daran orientieren kann. Wenn ihr das nicht macht, nehme ich einfach selbst welche. So, was noch zu sagen? Ja, Servus, macht's gut und ciao.